so ladies da sind wir und weiter geht es mit einem neuen versuch im mini royal mit der besseren runde mit der besseren runde diesmal und diesmal bin ich da das ist die bessere version diesmal hier sind gegner auf jeden fall bei mir wird rot angezeigt wieder alter habe ich jetzt gar nicht verstanden ich habe einen die ganze zeit angeschlossen er hatte schon so viel rüstung als ob das ganze spiel gespielt haben wir sind zusammen ich muss wieder alleine heute ist irgendwie irgendwie hertha jetzt dann haben wir zwei runden lange überlebt und jetzt sind wir alle weg vom fenster ich hab' den einmal getroffen oh oh scheiße wo warst du hinter mir hat er dich auch während einer kam von hinten ah was und schon geblendet ich lasse diese blendkanaden ja ich bin richtig op ja auf jeden fall echt du verlierst quasi die kontrolle von deinen sinnen echt oh alter alter second son ist echt ein killer ja man der rockt das ding jetzt wieder echt ich leh mich jetzt zurück halt und und genieße das vergnügen echte ja nein ja warte ich muss erstmal abchecken was sie überhaupt machen ja was willst du von dir ja ja ist das nicht ja okay ich muss erstmal kacken ganz kurze runde alter unter vier minuten alles klar wir machen